Yo, Servus und Taylor! Zurück zum Pennen Simulator 2018! Wir gehen Pennen! Wie bist du da aufgekommen? Ja! Oh, du Killer! Ja, ich bin voll der krasse Typ! Gut, wir können auf der Couch Pennen heute! Bis zum Einbau der Dunkelheit! Mit dabei ist natürlich der Toni, wie immer, aber es braucht jemanden erwähnen, das ist eh klar, im Coop-Display. Nee, eigentlich nicht. Eine Stunde später, ich glaube, wir müssen nochmal Pennen. Ich hab auch keinen Bock in der Nacht rumzulaufen, wir hätten dann zwar die Story-Mission machen können. Aber nö. Aber nö. Aber was ist hier jetzt? Weißt du was, komm, scheißen wir auf den, weil der hat die Scheiße immer noch nicht fertiggestellt, lass mal irgendeine andere Quest machen. Okay. Du sagst Anweichern, mir ist das eigentlich nicht gleich. Ich bin sogar dafür... Sollen wir zu Tolga und Fatih oder was? Hey, da ist das Ding! Du hast einen Airdrop? Wo? Ja, wo? Wo? Was? Karte zeigst mir! Okay, let's go! Öffnet sie das Paket als Erster. Können wir das machen. Ja, natürlich. Ja, was denkst du denn? Meinst du als Zweiter, da ist nichts mehr drinnen dann? Ja, ist klar, da drüben ist nicht weit. Ist nicht weit. Ja, sehr gut. Dann killen wir die Leute, die sagen... Du liegst gerade mega eine bei mir. Weiter, ey. Du willst gar nicht wissen, wie ich gerade aussehe. Ich sehe aus wie der Übelste Penner. Nein, das ist meine gar nicht. Ich meine das Licht ingame. Ach so! Hey, die Bombe ist fertig. Die Bombe ist fertig. Ja, wow! Alles klar, ich komme vorbei. Ich komme gleich vorbei. Ja, ich komme gleich vorbei. Wir machen jetzt erstmal den Scheißer. Ich will das GRE Paket. Ist es noch keiner hier? Nö. Ja, dann, let's go hier. Paketl. Medizinisches Material. Paket. Ja, wir haben ganz schön viele durch die Quarantänezone, ne? Stimmt's. Ja, die Fackeln nehme ich tatsächlich nicht mit, weil die useless sind. Nee, so nämlich kann man. Gut, dann darf man wieder zurück. Oh, und die Bombe und dann, äh, sollen wir dann zu Tolga und Fatim gehen oder sollen wir die Hauptquestsleiter machen? Ja, machen wir neben Questsleiter. Ja. Sind wir einfach durch, ja. Ja. Und wobei Hauptquestsleiter geil wäre, aber... Ja, vor allen Dingen jetzt auch so irgendwie dann die Story reinzukommen. Mhm. Aber neben Questsleiter ist für das nicht hier da. Natürlich, wir wollen ja so viel wie möglich machen. Ja, ne. Denn umso mehr geile Eiligung für Hunde. Woh, wer bist du denn, Alter? Oh, nee, deine Mama ruft dich. Ja, nee, sie sieht meine Mutter noch nicht aus. Ja, nee, sie sieht meine Mutter noch nicht aus. Und noch nicht, du Charmeer. Ich bin eigentlich ein wichtiger Bitze. Ich bin schon da beim Kurt. Warte mal zum schnellen Reisenwege drückt halten. Moin, ich bin bei dir ja. Nice. Wenn du den anspust, kann ich da hinten schnell reisen. Das ist gut. Ja, einen Prototypen dort auf dem Tisch. Zum Tester freigegeben. Ja, ich mag einmal ausprobieren. In der Nähe gibt es einen verbarrikadierten Tunnel. Am Tag wimmelt es da drin von Schattenjägern. Nachts soll er leer sein. Das ist der beste Ort für einen Bombentest. Alles klar. Ich werde dir berichten, wie es lief. Ja, Alter, mach die Scheiße. Denk an die Böller. Die Bombe geht hoch, sobald sie aufgehört haben zu knallen. Das ist dein Zeitfenster, um da rauszukommen. Viel Glück. Die Bombe kann doch nicht so krass sein. So netze wie du damals ohne. Ja, ich hab kurz Bombe. Ja, passt. Ja, dann lass doch den Nachtsinn entsprechen. Ach, wir müssen fennen. Ja. Wir müssen an Nachtsinn auf. Ja, wird ja wieder super. Das. Oder wir hätten wahrscheinlich einfach zur nächsten Quarantänezone laufen können. Hey, ich hab auch, aber das wäre ja zu einfach. Stimmt. Und auf der Karte sehen wir auch schon die, die unten rechts, wenn du grad guckst, ist dieser Kopf mit dem Schädel da. Ja, ich glaub, das sollen wir auch noch finden, oder? Für die Hauptkasse. Das ist die Hauptkasse, genau. So, jetzt nur aufpassen wegen den Scheiß Schattenjägern. Und schon wieder. Und nachts sollen die doch besser sein, oder? Ja. Oh, Schattenjäger, rechts von uns. Sollen wir den Drop holen? Und links von uns? Na. Ne. Ich hab mein Sturmgewehr rausgewusstet, also. Ihr habt meine Taschenlampe jetzt gerade übrigens nicht an, gell? Ja, auch nicht. Ich hab die nie an. Das soll ich mal kurz sagen. Nix mehr gesehen. Vorne ist noch mehr. Oh, Schattenjäger vor uns. Ja, 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 ja. Come back, come back, come back. Du bist genau in seinem Sichtradius. Ja, er kommt zu dir. Er dreht um. Habe ich nicht Böller? Ist egal. Ich laufe einfach. Also. Ist es sicher? Ich kann nicht laufen. Der ist genau vor mir. Okay, jetzt bin ich gesprungen. Ja, du musst nur irgendwie seitlich vorbeikommen bei deinem Scheiß. Ich geh auf die andere Seite. Oh, fuck. Ich hab null. Nein, der wegen am Schattenjäger. Oh, Gott. Wie kann man so boosted sein? Schaffst du es zu mir in 20 zu kommen? Nein, wir springen genau zu dir. Aber dir ist nix passiert, oder? Oh, fuck. Hey, was ist hier los? Ich seh nix. Ich seh absolut nix. Mein Bildschirm ist grün. What the fuck? Mein Bildschirm ist grün. Ja, das ist... Ja, das ist... Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Es ist grad ein ganz... Achso. Holy shit. Okay, ich will raus. Ich will raus. Ich bin auf dem Truck. Ich seh nichts. Okay, okay. Chill, 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 chill. Chill, chill, chill. Scheiße, die sind wieder hier. Fuck. Sie haben wir. Ja, sie haben uns alle. Lauf. Nix laufen. Wir müssen schießen, Donnie. Ich seh aber nix. Ich seh nichts. Alter, denk nicht einmal an den Schieß. Ja, ich bin tot. Ne, denk nicht einmal an den Schieß. Da hast du vollkommen recht. Das geht sich einfach nicht aus. Wir hätten auch nicht über die Hauptstraße gehen sollen. Ich respawn mal, ne? Ja. Sie sind tot. Wie viele Punkte hab ich verloren? Nichts, das freut mich. Drücken Sie H für den nächsten Tipp. Ach, leg mich doch. Was hab ich da? So, ich bin wieder bei der Safe Zone. Verfolger abgehängt habe. Wo bin ich? Das GRE-Paket ist aber noch da, ne? Ja, ja, aber scheiß drauf, wir machen die Quest. Aber der Schattenjäger sagt er das nicht. Ja, ich musste hier kommen. Weil ich hab null Ahnung wo ich bin gerade. Ja, ihr habt gerade eine Kiste aufgemacht. Nice. Ich bin aus der Sicherheitszone raus. Ich bin aus der Sicherheitszone raus. Ewa gerade keine Ahnung, wo ich bin und wie irgendwo hinkommen. Ich lauf, äh, ich bin beim Tunnel. Ich bin beim Tunnel. Okay, komm dort hin, okay? Ich glaube ich bin beim Tunnel. Ja, ich lauf aber jetzt nicht in den Tunnel, weil das ist seltsam. Naja, die Frage ist, ob wir dazu müssen. Ja, natürlich musst du da hin, wir müssen nicht springen jetzt einlegen. Äh, wo bist du du? Du solltest schleunigst. Ich bin beim Tunnel. Ja, ich bin auf der anderen Seite vom Tunnel. Hast du durchgehen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob da drin ist. Wir sollen so ein Schattenjäger nennen. Eher am Tag, in der Nacht nicht. Nacht ist es leer. Ah, ja. Ja, aber ich komme nicht da durch. Weil hier ist diese Wall of Champions. Ich bin da gar keine Laune. Ah, ich bin hier. Legen Sie die Bombe. Leg die Bombe. Ja. Lauf, 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 lauf. 10 Sekunden Scheiße. Wo komme ich da raus? Oh, for fuck sake, man. Und es ist alles in deiner Aufnahme. Ohhhh. Was gibt's Crane? Nichts Gutes. Es klappt nicht. Es klappt nicht. Das verstehe ich nicht. Ja, dann wartet jetzt ein Schnellkurs im Bombenbau auf dich. Mach zuerst direkt unterhalb des Minus-Pols einen Einschnitt ins Gehäuse. Sieh dann das Gehäuse entlang des Einschnitts ab und den Kabelstang des Auslösers freizulegen. Jetzt überprüfe die Lötstellen der zwei grünen und drei roten Kabel. Wo bist denn du jetzt? Ich bin im Tunnel. Ich bin im Tunnel. Ich bin im Tunnel. Ja, dann komm her, dann mach du das. Dann laufe ich schon mal weg. Ja, von mir aus. Wie gesagt, ich habe es ja geplant, wie du das zu zünden. Noll, lauf! Oh ne! Oh ne! Schattenjäger! Ich bin draußen! Ich auch! Ich will es aber sehen! Bäm! Wow! Heftig, heftig! Auftrag ausgeführt! Das ist der Safe Zone, komm her! Ach, die Barrikanten sind weg! Was ist jetzt passierbar? Hey, wie ich immer sage, was ich baue, fliegt garantiert in die Luft. Komm vorbei, ich gebe dir dann die Bauanleitung. Oh scheiße! Ja und, der ist egal, wir sind in der Safe Zone. Ich halte ihn jetzt an. Haha, du bist kacke! Ich nicht! Ah, du bist nicht in der Safe Zone. Haha! Na deswegen, Alter! Geil! Geil! Sollen wir pennen? Ja! Ja! Gut! Oh mein Gott! Intens! Es klappt nicht! Haha! Geil! Alter, die Bombe hat die Barrikaden weggespringt. Wie kommen wir rüber? Da kommen wir auf jeden Fall nicht drüber. Hier kommen wir rüber. Ja, da kommen wir drüber. Äh, moin! Du bist hässlich, ich verbräse dich doch! Und du spielst! Abzimmer kann man das einen Hit geben. Ja, das Sau. Wo bist denn du? Das sind Schattenläufer. Was Schattenläufer? Ja, siehst du das Rote da? Nein, das sind Reißleute, dass wir die töten. Auch echt? Ja! Die voll dann gerade überlegen. Ah, nice. Also, nicht so nice, aber... Da ist noch einer. Aber unten. Oh mein Gott, die tun mir einfach immer weh. Nice. Hä? Also, hast du ihn schon? Die Überlebenden getötet? Ne? Nein, eigentlich nicht. Ja, gut. Ich bin nicht der blaue... Tod? Ah, die sind doch nicht unterhalb. Die sind da. Ja, egal. Ich loote den Scheiß da mal. Ach ja, stimmt. Die ist so sehr schön. Und jetzt... Ah, die sind doch nicht unterhalb. Ich werde die wieder halber fressen und laufe jetzt aber weg. Ja, lass mal zu Kurt laufen. Jo. Bevor wir hier noch zerfleischt werden. Auf jeden Fall. Wir wurden noch nie von Zombies getötet, oder? Außer Schattenjäger. Wurde man schon von Schattenjäger getötet? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Okay. Sorte. Ich zumindest eben. Das sind die Häuser ist modifiziert. Dosen statt Batterien. Weniger Wurst, aber Dosen sind leichter zu finden und zu tragen. Okay. Danke Kurt. I'm Kurt, Alter. Danke, nice. Da seid man dann angeschafft. Und, äh, ja. Gehen wir jetzt zu Tolga? Oder willst du die Quest meiner Mann? Ähm, ich hätte gesagt, das entscheiden wir ganz spontane. In deiner Folge. Uuuuh. Uuuuh. Das war nicht mal eine Überleitung. Das war einfach nur so ein Vorschlag. Ich weiß. Sehr gut. So viel zu dem Thema. Wer noch nicht abonniert hat, der sollte das schnellstens machen bei uns beiden. Ähm, bewertet auf jeden Fall die Folge. Wir sehen uns von Doni wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.